Und auch für die Tiroler ist es natürlich eine willkommene Testspiel-Gelegenheit. Hier im Innenviertel geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer und assistiert wird er von Johannes Weilhardner und Robert Eigesberger. So, die SVG und der Matik geriet heute im Tor mit Jonas Wendlinger, zudem in der Startelf Oliver Steurer, außerdem Nemanja Celic, David Unger, Jonas Meier, Sandro Schendel, Fabian Rostorfer, Nick Marinsek, Belmin Beganovic, Wilfried Eser und Luka Lukic, der wurde hochgezogen von der zweiten Mannschaft. Diese Elf bestreiten also mal zumindest hier die ersten 45 Minuten im Klaus-Reutinger-Stadion. Wie gesagt, gegen den FC Wacker Innsbruck. Die Gäste aus Tirol in Weiß gekleidet und vom Start weg von links nach rechts. Die Rieder ja zuletzt mit sieben Ligaspielen in Folge ohne Niederlage. Am vergangenen Freitag ein fulminantes 5 zu 0 gegen Laflitz. Erste Möglichkeit für Reet, das ist Rostorfer, aber der Ball in die Mitte kommt nicht an. Ein paar Spieler fehlen auch heute, zum Beispiel Arjan Malic, der ist im U19-Nationalteam Sloweniens. Zudem Nick Avena ist leicht angeschlagen. Zudem Nick Avena ist krank. Und da hat er, wie angesprochen, Jonas Wendlinger. Andreas Leitner nicht im Kader. Auch das ist keine Überraschung. 航irier hat er. Und dann stellen Sie mich gerade an. Oderst, oder? Brother? Dani ja, Olli. Ja, Pi. Herr nicht sohle bin, das verschiedene Klatschen. Tand ichично. Okay, okay, okay. Oh, okay. Oh, okay. Maja Frosdorfer. Ed macht Druck. Ed lässt Innsbruck nicht ins Spiel kommen. Und das ist wohl auch das Ziel für die gesamten 90 Minuten. Immerhin empfängt ein Zweitligist einen Landesligisten. In diesem Fall den Tabellenführer der Tirol-Liga. Ed innsbrucker in dieser Saison mit 11 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Auf Platz 1 der Tabelle. Tiroler wollen so schnell es geht in die Regionalliga. Weitere Ziele sind noch nicht definiert worden. Wobei man natürlich auch die Ambitionen spüren kann. Abseits entscheidet der Linienrichter. Der FC Wacke ja mit einer Kooperation mit dem MLS-Club Los Angeles FC. Der FC Wacke ist sehr intensiv. Der FC Wacke ist sehr intensiv. Zandro, früher übergeben. Luca Totschik durchschieben. Geist im Rettungslager. Verstehen Sie auf den Stuttgart. Überraschung haben wir auf. Verstehen Sie auf! Bein! Bei einer durch! Verstehen Sie auf. Verstehen Sie auf! Verstehen Sie auf! Sie auf! Auf! Sie auf! Der Ritztrainer Maximilian Senft wird in der zweiten Halbzeit dann ordentlich durchtauschen. Dann werden wir auch Mark Krause sehen, den bislang erfolgreichsten Torschützen der Rieder in dieser Saison. Platz drei in der Torschützenliste und das Gesamt mit sieben Treffern. Den zweit erfolgreichsten Torschützen der Rieder bislang sehen wir schon am Platz. Wilfried Eser, vier Tore bislang und das mit einem Schnitt von 0,67 Tore pro Spiel. Er hat vor allem auch gegen Laffnitz sein Torkonto ausbauen können. Zwei Treffer gegen die Steirer. Zudem haben auch Habener getroffen, Wohlmuth und Seufert. Vor allem Wohlmuth werden wir dann auch in der zweiten Halbzeit sehen. Wieder geht es über links, über Rostorfer. Das ist Meier. Dinsbrucker mit einer Sechserabwehrkette. Schöner Passerbar. Abseits entscheidet der Linienrichter. Kein Tor für die SV Gunther Martigried. Sandro Schindl mit der Möglichkeit. Joddy. Joddy. Simon Berger im Tor der Innsbrucker ohne Probleme zudem die Innsbrucker auch mit Walker Zai Walker in der Startelf Hassine Refay Manuel Petucznik Daniel Franzis er ist ja von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in die Tiroler Landeshauptstadt gewechselt und Wilfried Eser hat hier fast Simon Berger überrascht beziehungsweise er hat es geschafft, hat den Ball aber dann nicht kontrollieren können auch Reinaldo Silva ist in der Startelf der Innsbrucker Rami Tekür David Stoppacher und drei Testspieler haben die Innsbrucker in der Startelf mit dabei und zwar Oliver Harand, Marco Popovic und Hannes Dürnberger auch bei den Riedern werden wir heute noch einen Testspieler sehen zumindest ist das geplant aber jetzt schauen wir mal zu dieser nächsten Top-Gelegenheit und das ist das 1 zu 0 für die SV und die 9. Spielminute die Innsbrucker führen und wenn ich das richtig gesehen habe war es Sandro Schindl der 2 Minuten zuvor noch zurückgepfiffen wurde jetzt aber zum 1 zu 0 trifft Und damit führt der Favorit in diesem Test nach neun Minuten. Bravo! So, zurück zum Testspieler des heutigen Tages. Der SvGT-Matic Reid sitzt mit Yongmin Seo, ein Spieler von Dynamo Tresden auf der Ersatzbank. Er wird, so ist es geplant, auch im zweiten Durchgang zum Einsatz kommen. Bravo, Bebo! So! Bravo, Bebo! Bebo, Bebo! Bebo, Bebo! Bebo! Bebo, Bebo! Bebo! An jene, die nicht in Ried zuhause sind, die Information, dass es vor dem Anpfiff extrem eingeschüttet hat. Zehn Minuten circa. Das Testspiel ist zwar zumindest nicht offiziell auf der Kippe gestanden, aber hätte es so weiter geregnet, wäre ein Spiel wohl gar nicht möglich gewesen. Beim Anstoß hat es noch leicht geregnet, jetzt ist es zumindest kurzzeitig trocken. Steurer, Meier, er probiert es wieder mit dem langen Ball. Beganovic nicht im Abseits, Belmin Beganovic und es gibt elf Meter für die SV Gunter-Matic Ried. Schiedsrichter Dieter Muckenhammer zeigt sofort auf den Punkt und ich denke, das geht so auch in Ordnung, Belmin Beganovic nicht zu halten oder in dem Fall nur mit einem Foul zu stoppen und er selbst, so scheint es, wird den Strafstoß auch ausführen. 13. Minute, die Möglichkeit für die Sportvereinigung Ried hier auf 2 zu 0 zu stellen. Belmin Beganovic, ganz eiskalt, 2 zu 0, SV Gunter-Matic Ried, 13. Minute. Beganovic ist bekannt für seine Antrittsstärke, für sein Tempo und in diesem Fall konnte er nur mehr durch ein Foul gestoppt werden. Beganovic haben die Tiroler nicht einmal reklamiert, ganz klare Sache dieser Elfmeter-Tief. Vielleicht jetzt einmal eine Möglichkeit für die Tiroler, aber Foul an David Unger von Hannes Dürnberger. Einer der Testspieler beim FC Wacke Innsbruck. Knapp 150 Zuschauer haben heute abends den Weg hier ins Klaus-Reutinger-Stadion getestet. Knapp 150 Zuschauer haben heute abends den Weg hier ins Klaus-Reutinger-Stadion getestet. Knapp 150 Zuschauer haben sie gefunden, um sich diesen Test nicht entgehen zu lassen. Auch keine Selbstverständlichkeit bei diesen Temperaturen und bei dem Wetter vor allem vor dem Ampfiff. Nächster Ball auf Belmin Beganovic, der schneller am Ball ist wie Simon Berger, allerdings abseits entscheidet der Linienrichter. Das ist eine ganz knappe Geschichte, aber wahrscheinlich stimmt diese Entscheidung. Zumindest hat es das Schiedsrichterteam so entschieden. Leider können wir ihnen keine Zeitlupe anbieten bei diesem Test. Und so nehmen wir das auch einfach so hin. Die Schnelligkeit von Belmin Beganovic ist einmal mehr eine Waffe. Das sieht man ja auch in der zweiten Liga immer wieder, dass er geschickt wird. Der ist noch da. Belmin Beganovic kann sich hier durchsetzen. Fabian Rostorfer. Oliver Steuerer. Meier, Unger, Steuerer. Der Ball läuft in den Reihen der Rieder. Weilシke sind gerade drin in derroffenen Haftанс prosperer aus dem standardizeden GBenovic. Z Ducklist Morten im Ausland Lebanon 1 Nerissa. Wird das genauer Rieder. B будут nur noch anåtendo ein in Christopher 놓m an dealers훈ig, Da incuriert er mich schon mal bis heute gewinnen. Simon Berger hat keine Zeit hier den Ball kontrolliert, herauszuspielen, sofort wieder attackiert, wie jeder andere Ballführende auch. Für die ESA Lukic mit dem Ballverlust. Aber da ist der Torschütze zum 1 zu 0 zur Stelle und Ried mit dem nächsten Spielaufbau. Wieder wird Rostorfer geschickt, wieder kommt Berger aus dem Tor diesmal aber zum richtigen Zeitpunkt. Der Torschütze zum 1.0. Der Torschütze zum 1.0. Der Torschütze zum 1.0. Naja. Schmidtlm jetzt den nächsten Ball ins Zentrum. dieser wird gesucht aber noch nicht gefunden ein wurf ried wie gesagt die tiroler mussten in der liga bislang erst eine niederlage einstecken zudem haben sie auch den aufstieg ins tirol cup achtelfinale geschafft da geht es daneben früher weiter spricht für die tiroler dass sie bemüht sind von hinten raus zu spielen gelingt allerdings selten optimal und auch hier ist wieder ein reader der erfolgreich stört jetzt der lange weite ball popovic weiß ich steuer da Der nächste Verklärungsversuch von Simon Berger. Die Rieder versuchen jetzt, die Innsbruck herauszulocken. Die Innsbrucker machen aber keine Anstalten, dass sie das überhaupt möchten. Und genau dieser Pass. Die Innsbruck, die letzte Linie. Bislang wurde Jonas Wendlinger noch nicht geprüft. Keine Torchance für die Gäste. 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 Nemanja Celic mit dem Schuss. Der kämpft sich hier auch wieder den Ball. Rostorfer. Und die Querlatte. Glück für die Tiroler in dieser Situation. Sandro Schendl war es wieder. Rostorfer, der in der 25. Schuss. Schnellen, die Gäste. Die Haare! ist er mit dem abschluss abgefälscht doch nicht es gibt abstoß ich habe gemacht von zelic ah pardon Doch Zelic war es. Ritmitz den nächsten Angriff. Lukic. Der passt nicht optimal. Innsbruck jetzt. Vielleicht mit einem Konter. Schön gespielt. Schöne Verlagerung. Aber Hannes Dürnberger kommt nicht zum Abschluss. Noch kein Schuss aufs Tor der Innsbrucker in den ersten knapp 30 Minuten. Die Ganovic, Schendl. Foul. Freistoß für die SVG und der Matik Ried. David Stoppacher mit dem Foul. Jetzt die nächste Möglichkeit für Belmin Beganovic. Und wieder war Beganovic beteiligt. Und mit einem Abschluss. Abschluss für Tirol. Das war er. Max, ich bin bereit. Max, ich bin bereit. Der Pass auf den Rostdorfer. Der einen Schritt so weit vorne war. Zu früh gestartet. Der Pass auf den Rostdorfer. Der Pass auf den Rostdorfer. Der Pass auf den Rostdorfer. Das Heimspiel um 10.30 Uhr in der Innenviertelarena gegen den FAC. Und dann noch das Auswärtsspiel bei den Sturm Graz-Amateuren. Drei Ligaspiele stehen in diesem Herbst noch auf dem Programm. Drei Ligaspiele, die sehr, sehr wichtig sind, wenn man auf die Tabelle blickt. Ried aktuell in der zweiten Liga auf Platz 5. Nur einen Punkt hinter dem zweiten Platz. Und vor allem hat Ried ja ein Spiel weniger. Das Auswärtsspiel bei den Sturm-Amateuren ist ja ein Nachtragsspiel. Auch wenn keine Ballbesitz-Statistik vorliegt, ist es augenscheinlich, dass die Riedsrichter wieder ganz klar in dieser Statistik führen. Rostdorfer, der schon viele Meter da auf der linken Außenbahn absolviert hat. Noch immer Rostdorfer, Luka Lukic. Mariczek raus auf Schendel und der trifft Lukic am Rücken. Zerlic hat sich aber den Ball wieder geholt und der nächste Riederangriff rollt wieder. Luka Lukic diesmal über rechts durch die Beine. Und jetzt gibt es Freistoß für die SV Ried. Gefährliche Freistoßposition. Und Simon Berger klärt zum Eckball. Dann hat er gefährlich aufs Tor gedreht. Numanija Zerlic. Und er steht auch jetzt wieder beim Eckball. Zerlic. Und das ist das 3 zu 0 für die SV Gunther Matic Ried. Und in diesem Fall trifft Oliver Steuerer nach einem Corner von Numanija Zerlic. 3 zu 0 für die Sportvereinigung Ried. 1. 3 4. 6. 5. 6. Auch wenn man ein Testspiel natürlich nicht überwerten darf. Die SVG und der Matik Ritt präsentiert sich dennoch stark und kompromisslos, zu sehen auch daran, dass Innsbruck bislang noch keine einzige Torchance vorgefunden hat. Das war jetzt aber die Möglichkeit für den Tabellenführer der Tirol-Liga. Kein Problem für Jonas Wendlinger. Das war der erste Torschuss der Gäste in der 36. Minute. Und der Abschluss von Marko Popovic, einem Testspieler. Und der Abschluss von Marko Popovic, einem Testspieler. So Ritt mit einem weiteren Angriff wieder Fabian Rostorfer und der nächste Eckball für die In-Viertler. Wieder ein Fall für Nemanja Celic. Der Linksfuß mit dem Ball in die Mitte und fast der nächste Treffer. Aber Unger und Esa in der Mitte. Keiner kommt aber entscheidend an den Ball. Es bleibt beim 3 zu 0. Super Ball auf Sandro Schendel. Der auch vorbei am Keeper. Und das ist das 4 zu 0 für die SV Kontomartik. Es geht in der 39. Spielminute. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der nächste Treffer von Sandro Schendel. Der zweite in diesem Spiel. Kein Upside hat das Schiedsrichterteam entschieden. Und dann hat Schendel auch noch Simon Berger stehen gelassen. Und auch wenn noch 6 Minuten auf der Uhr sind in dieser ersten Halbzeit, ist das Spiel mehr oder wenige jetzt schon entschieden. Die Tiroler haben vor allem mit der Geschwindigkeit die Räder so ihre Probleme. Auch wenn Länderspielpause ist, haben die Innenviertler Montag, Dienstag und auch heute ganz normal trainiert. Wilmin Beganovic zündet wieder den Turbo. Beganovic, aber jetzt ist Berger zu stehen. Apropos Länderspiel am Freitag, 17. November um 18.30 Uhr, das U21-Länderspiel zwischen Österreich und Frankreich. Für alle, die unsere U21-National-Elf sowie auch Terrierie schauen gehen wollen, ab in die Innenviertel-Arena. Infos und Karten gibt es im Internet unter svrit.at. Zellic, Eser mit der Chance, das 5 zu 0, 41. Minute. Wilfried Eser zuletzt mit einem Doppelpack gegen Lafnitz und auch heute findet er seinen Platz am Spielbericht und zwar in der Spalte Torschützen. Zellic, es ist ein Platz. Die Spieler des Verriet schalten noch keinen Gang zurück. Warum auch? Sieben Wechsel sind in der Pause geplant. Da muss man auch keine Kräfte schonen. Mal mit dem Ballgewinn und dann das Foul von Daniel Francis. Wie gesagt, Francis ist ja von den Amateuren des FC Bayern München zum FC Wacker Innsbruck gewechselt. Nächste Möglichkeit für Beganovic, Risa, Selic, Maier. Wieder wird Sandro Schendl gesucht und fast gefunden. David Unger zurück zu Jonas Wendlinger. Wir kommen ja heute in der Innenverteidigung. Hat bislang nichts anbrennen lassen. Die Verteidigung der Rieder wurde aber bislang auch noch nicht wirklich gefordert. Fabian Rosdorfer. Nächste Möglichkeit, nächster Eckball, Ried. Zerlitsch mit seinem Linken. Da wurde der Innsbrucker aufgepasst. So, jetzt Innsbrucker Überzahl. Überzahl ist schon wieder Geschichte. Die Innsbrucker schaffen es nicht, den Ball schnell in die Spitze zu spielen. Das ist der Fehler, Simon Berger. Aber Francis setzt sich hier gegen Esa durch. So, und jetzt die Möglichkeit für den FC Fakke Innsbruck. Hannes Thürnberger entscheidet sich für einen Haken nach links. Und das war die falsche Entscheidung. So, die 45 Minuten der ersten Hälfte sind vorbei. Schützrichter Dieter Muckenhammer lässt etwas nachspielen. So, das war es aber jetzt. Muckenhammer beendet, diese erste Halbzeit hier im Klaus-Reutinger-Stadion. Bei diesem Test zwischen Esburg und der Matik Ried und dem FC Wacker Innsbruck. Pausenstand 5 zu 0. Ried bislang kompromisslos. Und der FC Wacker Innsbruck mehr oder weniger chancenlos. In Kürze geht es weiter mit Halbzeit Nummer 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 André Böck, Und... Schengel, 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 Schengel Piemann D, Celic, der Fehlpass von C.U. Der Abschluss ist aber nicht erwähnenswert. Die Innsbrucker nach wie vor zu harmlos. Schmerböck mit dem Pass auf C.U. Der schaut einmal auf, zweimal auf und dann schließt er ab und das ist das 7 zu 0, 51. Spielminute. Sechs Minuten hat der Testspieler gebraucht, um bei diesem Testspiel zu treffen. Young Min Seou mit dem 7 zu 0. Der Testspieler gebraucht wird. Das ist das 7 zu 0. Der Testspieler gebraucht wird. Die Rieder nach wie vor gierig. Kein Wunder, es sind auch einige Spieler am Platz, die in der Liga nicht zur Stammformation gehören. Die wollen sich natürlich aufdrängen. So wie Diamanté oder auch Marc-André Schmerböck. Wohlmuth mit dem schnellen Einwurf. Und dann der Stürmerfoul. Und somit ist Tritt wieder im Ballbesitz. Schengel, Kroße. Marc Kroße verliert den Ball. Jetzt gibt es einen Ruf für die Innsbrucker. Abseits. Nein, der Ball war schon draußen. Somit Einwurf für die Gäste. Die Macht von Seou. Bumberger. Wohlmuth. Und die haben an dem Zusammenspiel. Kroße. In der Mitte ist es eng, aber er findet Ben Wörndl, Schmerböck und Seou. Noch kann sich Tirol nicht. Entscheidend. Während uns, das ist das 8 zu 0 für die SV Gunther Matic Ried. 55. Spielminute. Und ich denke, das war ein Eigentor der Tiroler. Ich denke, das war ein Eigentor der Tiroler. Manuel Petucznik mit einem weiteren Treffer, allerdings aus seiner Sicht gesehen ins falsche Tor. Und somit steht es jetzt 8 zu 0. Die Anzeigetafel hier im Klaus-Reuttinger-Stadion ist meines Erachtens, soweit ich das von hier aus sehen kann, nur einstellig. Die Anzeigetafel. Noch reicht diese aber aus. Wir sind erst in der 56. Spielminute. Unger. Diomande. Das ist der erste wirklich gefährliche Abschluss der Innsbrucker in der 57. Spielminute. Und die Innsbrucker anscheinend mit ein paar Fans hier im Klaus-Reutinger-Stadion und die feiern auch diesen ersten Abschluss. Ja, das Gemma-Jungs war jetzt nicht zu überhören. Hoch werden sie das Spiel aber heute nicht mehr gewinnen. Hoch werden sie das Spiel aber heute nicht mehr gewinnen. Bis eben zu dieser Chance der Tiroler. Hoch, hoch, hoch! Das ist der nächste Treffer für die SV Gunther Matik Reet. Jetzt steht es 9 zu 0 in der 59. Spielminute. Das ist das nächste Eigentor. Und wieder war es Manuel Petucznik, der sich zum zweiten Mal am Spielbericht verebigt. 9 zu 0 für die SV Gunther Matik Reet. Und Reet läuft weiter Sturm. Schendl in der Mitte wäre Wörndl frei. Das ist aber Marc Rosse mit links, rechts am Tor vorbei. 30 Minuten noch auf der Uhr. Reet führt 9 zu 0. Und hat nach wie vor viele gute Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, wir werden auch heute noch das eine oder andere Tor hier sehen. Die Fans der Innsbrucker sind nach wie vor gut gelaunt. Die lassen sich auch vom Spielstand nicht irritieren. Eine gute Möglichkeit. In der 58. Spielminute hat ausgereicht, um sie aufzuwecken. Der Schuss kam übrigens von Adrian Lechel, welchen Jonas Wendlinger entschärft hat. Das ist aber auch schon die einzige nennenswerte Möglichkeit der Gäste. Die haben wir genauso wie die SV Gunther Matik Reet dieses Testspiel mit Sicherheit richtig einordnen werden. Nächster Freistoß. Wieder ist Jonas Wendlinger zur Stelle. Nächster Freistoß. Nächster Freistoß. Diamante. Ando bringt den Ball aber nicht unter Kontrolle. R disgusting. Nächster Freistoß. So, die Tiroler dann in Kürze mit einem Vierfachtausch. Das ist die nächste Möglichkeit für die Innsbrucker. Eckball für den FC Wacker Innsbruck, die jetzt doch zur einen oder anderen Möglichkeit kommen. Bevor der Eckball ausgeführt wird, gibt es einen Vierfachtausch. Bei den Innsbruckern. Der SVG und Tormatik Ried, indessen wärmt sich zurzeit kein weiterer Spieler auf. Der SVG und Tormatik Ried, indessen wärmt sich zurzeit kein weiterer Spieler auf. Wieder die Nummer 18 bei den Innsbruckern. Jetzt gibt's Abstoss. Die Nummer 18, das müsste Adrian Lechel sein. Leider ist meine Kaderliste, die mir zur Verfügung steht, nicht ganz vollständig. Vor allem, was die Rückennummern betrifft. Der FC Wacker Innsbruck heute mit anderen Interessen spielt, wie gewohnt. Wenn sie nur einen Interessensatz mithaben, der von 1 bis 22 nummeriert ist, tragen heute die meisten Spieler andere Rückennummern, wie es im Ligaalltag der Fall ist. Hohenberger. Unger hat da einen Schlag abbekommen, deshalb hat Schiedsrichter Dieter Muckenhammer das Spiel unterbrochen. Und für alle, die sich zu Hause vor den Bildschirmen fragen, es sind rund 10 Fans der Innsbrucker hier ins Klaus-Reutinger-Stadion gekommen und Mark Rosse mit der nächsten Möglichkeit. Aber diesmal ist Simon Berger, der Torhüter der Innsbrucker, zur Stelle. Und jetzt läuft der Gegenangriff der Gäste. Schöner Seitenwechsel der Innsbrucker. Aber Celic mit einem guten Zweikampf. Und wieder müsste es Adrian Lechel gewesen sein, der zu einer weiteren Möglichkeit kommt. Aber Nemanja Celic hellwach. Erne tablebren. Das ist klar. Glaubw kiss вы! Der Tempel ist wahnsinnig! Rufi, weiter innen! Rufi, weiter innen! Also fünf Treffer in der ersten Halbzeit, vier waren es in der zweiten, davon Zweigentore von Manuel Petucznik. Zudem hat auch Ben Wörndl getroffen und der Testspieler, Yongming Seou, der jetzt wieder am Ball ist. Schön in Szene gesetzt von Marc-André Schmerböck, noch immer Seou und der probiert es auch nicht schlecht, dieser Versuch vom Testspieler, der wie gesagt bei Dynamo Dresden unter Vertrag steht. Große und Seou, noch reicht die Anzeigentafel hier im Klaus-Reutinger-Stadion aus. 70 Minuten sind gespielt, es steht 9 zu 0 für die Sportvereinigung Ried. Die das Spiel klar dominieren und sehr, sehr effizient vor dem Tor der Innsbruck agieren. Auf der anderen Seite die Tiroler mit zwei Möglichkeiten. Ja, so einfach geht es in der zweiten Liga dann doch nicht. Oder nicht besser gesagt, Ried spielt hier den Ball ohne Gegenwehr und sehr einfach von hinten raus. Der Ball auf Seou ist nicht angekommen, Ried aber noch immer im Ballbesitz. Schendl, der Zweifach-Torschütze. Er künft sich die Kugel zurück, Diamanté. Ried mit dem nächsten Spielaufbau über Bumberger. Wieder Diamanté, der jetzt etwas das Tempo anzieht, bleibt aber in der Innsbrucker Abwehr hängen. Schendl, der jetzt etwas das Tempo anzieht, bleibt aber in der Innsbruck. Schendl, der jetzt etwas das Tempo anzieht, bleibt aber in der Innsbruck. Schendl, der jetzt etwas das Tempo anzieht, bleibt aber in der Innsbruck. Schendl, der jetzt etwas das Tempo anzieht, bleibt aber in der Innsbruck. Schendl auf Wohlmuth, schön gespielt, Fabian Wohlmuth in die Mitte, ist aber kein Abnehmer. Schendl, der nächste Angriff der Tiroler. Schendl wäre wohl abseits gewesen, aber Schiedsrichter Dieter Muckenhammer lässt weiterspielen. Auch weil Ried wieder im Ballbesitz war. Schmerböck auf CU, der hier auf der linken Außenbahn doch den einen oder anderen freien Raum findet. Und jetzt gibt es Freistoß für die SV Ried. Das Foul an CU. Und Kroße legt sich den Ball zurecht. Auch wenn Schmerböck angedeutet hat, dass er ihn schießen möchte. Hat sich Kroße hier durchgesetzt. So, aber auch Celic steht beim Ball. Nein, es wird Kroße ausführen. Mark Kroße. Schmerböck kommt nicht zum Kopfball. Und Kroenberger stört zur rechten Zeit. So, wieder ein eigentlich guter Seitenwechsel der Tiroler, aber in diesem Fall hat CU das Zweikampfduell gewonnen. Die um ein Tee. Ungarn und Wohlmuth. Der war nicht gut. Und zurück zu Jonas Mendl. damals das zieht. Der war nicht gut. Das ist nicht gut. Es wird Kroenberger. Der. 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 Berger scheitert, Ben Wöndl, das wäre sie gewesen, die große Möglichkeit, um ein zweites Mal am Spielbericht Platz zu finden. Im Gegenzug der Konter der Innsbrucker. Die Chance noch nicht vorbei, Wendlinger. Kein Foul entscheidet Schiedsrichter Dieter Muckenhammer. Beziehungsweise er hat zuerst schon einen Stürmerfoul gesehen. Wer liegt da am Boden? Es ist Unger. David Unger. Der heute in der Innenverteidigung spielt. Er steht wieder. Da haben wir ihn schon wieder am Ball. David Unger steht wieder und kann weitermachen. Wichtig ist auch, dass sich heute bei diesem Test keiner verletzt, beziehungsweise mehr verletzt. Zinic, der spielt jetzt defensiver wie noch in Durchgang 1 in der Innenverteidigung. Neben David Unger. Links haben wir Brumberger und rechts Wohlmuth. Auf der sechsten Position Diomante. Davor Marc-André Schmierböck. Hier haben wir Diomante. Unger mit dem Fehlpass. Zinic hat aber aufgepasst. Schmierböck. Er verliert den Ball. Freistoß für den FC Waggainsburg. Foul von David Bumberger. Da ist die letzte Corner von denen mit der richtigen Nummer drauf. Da ist es eingewechselt worden, sondern es stimmt hier hinten vor nicht. Aber da wird es ein Bissler vorne rausgelegt. Drei, zwei, drei! iggeberber. Drei, zwei, zwei, zwei! Drei, drei, drei. Drei, 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 zwei, drei. Drei, drei, drei. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! So, wir sind in der 80. Spielminute. Nächster Angriff, Ben Wörndl und das war Marc-André Schmerböck mit dem 10 zu 0. Und jetzt ist es klar, die Anzeigentafel hier im Klaus-Reutinger-Stadion ist auch zweistellig, zumindest was die Tore anbelangt. 10 zu 0, 81. Spielminute. Marc-André Schmerböck, auch er mit einem Treffer. Schmerböck, auch er mit einem Treffer. Schmerböck, auch er mit einem Treffer. Auch wenn das Spiel noch nicht vorbei ist, man kann jetzt schon sagen, es ist ein sehr, sehr erfolgreicher Test für die SV Gunther Matic Ritt. Auch wenn es nur ein Viertligist ist, muss man einmal 10 Tore schießen. Und wie gesagt, weiter geht es in der Liga. Zunächst auswärts in Dornbirn und dann am 3. Dezember um 10.30 Uhr gegen den FAC. Bevor im Anschluss dann noch das Nachtragsspiel gegen die Sturm Graz-Amateure auf dem Programm steht. Und für alle, die es nicht mehr erwarten können, in die Innenviertel-Arena zu kommen, am kommenden Freitag, 17. November um 18.30 Uhr, das U21-National-Teamspiel. Unsere U21 gegen Frankreich mit Trainer Thierry Henry. Ritt jetzt mit einem weiteren Eckball. Marc Krause hat sich die Kugel zurechtgelegt. Und der sucht Celic und der findet Celic. Das 11 zu 0. 84. Spielminute. Nemanja Celic ebenfalls mit einem Treffer. So, da sehen wir die mitgereisten Innsbruck-Fans, die hier nach wie vor feiern. Was genau bleibt hier geheimnis. Aber so wie es scheint, war es ein erfolgreicher Ausflug für die Tiroler. Zumindest für den Anhang. So, 85. Spielminute. Nächster Angriff der Rieder, Wörndl. Muss noch einmal abdrehen. Ja, Karten für das Heimspiel gegen den FAC. So wie auch Karten für das Spiel der U21-Nationalmannschaft gegen Frankreich gibt es natürlich bei der SV Gunther Matyke Ritt. Im Internet gibt es die Infos unter svrit.at. Punkt.at. Punkt.at. Wohlmute klärt. Einwurf Innsbruck. Wöndl auf Grosse, Marc Grosse, nächste Möglichkeit, Simon Berger kann diesen Heber aber entschärfen, nächste schöne Aktion, der Rieder. Noch wurde nichts angezeigt, aber ich denke, Dieter Muckenhammer wird nicht allzu lange nachspielen lassen, wird auch wenig Sing machen, Wohlmuth, Diomante, Wohlmuth, Bumperger, Grosse. Seou, etwas zu lang für den Testspieler. So, ab jetzt dann wieder volle Konzentration bei der SV Ried auf den Ligaalltag. Wie gesagt, drei Spiele stehen noch an, jetzt gibt es den einen oder anderen freien Tag noch in dieser Länderspielpause. Bislang wurde er ganz normal weiter trainiert. Und Grosse im Zusammenspiel holen sich den Ball zurück. Jetzt unterbricht Dieter Muckenhammer das Spiel. Schendel dürfte da was abbekommen haben. Wir sind in der 89. Spielminute. Grosse mit der Flanke auf Wöndl. Also können wir das nicht sehen, aber David Unger, der läuft nicht rund. Zumindest macht es von hier aus den Anschein. Diomante. Noch immer Diomante. Eine ausführliche Zusammenfassung von diesem Test gibt es natürlich in den Kanälen. der SV Gunther Matic Ried und auch im Fernsehen auf TV1. Und dort werden wir dann auch die Stimme zum Spiel nachliefern. Wir sind in der 90. Spielminute. Die Partie mehr oder weniger schon nach 30 Minuten entschieden. Mittlerweile steht es 11 zu 0 für die SV Gunther Matic Ried. Die 90 Minuten sind jetzt rum. Schiedsrichter Dieter Muckenhammer wird aber noch diesen Eckball ausführen lassen. Eckball für Ried. Und Ben Wöndl mit dem Kopf. Und das war's. Schiedsrichter Dieter Muckenhammer der Ende dieses Testspiel zwischen SV Gunther und Matic Ried und dem FC Wacker Innsbruck. Ein klarer 11 zu 0 Sieg für die In-Viertler, die sich damit warm geschossen haben für die drei weiteren Aufgaben in diesem Herbst in der 2. Liga. Also noch einmal die Info. Am 3. Dezember das nächste Heimspiel der SV Ried. Und zwar um 10.30 Uhr gegen den FAC. Das nächste Spiel in der In-Viertler-Arena, allerdings das U21-Nationalteam-Spiel gegen Frankreich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Noch einen schönen Abend. Schöne Grüße und Servus aus dem Klaus-Reutinger-Stadion.